körperliche belastung erfordert fitness deshalb gehören regelmäßige sporteinheiten zum alltag die feuerwache 4 hat dafür voll ausgestattete trainingsräume heute will trainerin jasemin barry die männer fordern also ich mag für das sportkodex stuttgart komme ich einmal in der woche hier zur feuerwache und trainieren mit den jungs ein bisschen bisschen action dass sie einfach querbeet ein gutes training haben und dann ruhig auch mal ruhig der wird mir noch gespott machen und jetzt ist es normal das merkt man eine verschnaufpause gibt es aber nicht ein